Jesus ist Gott. Also das sagen auf jeden Fall viele Christen, mich eingeschlossen. Aber wenn Jesus Gott ist, warum gibt es dann Bibelstellen, die ganz klar was anderes sagen? Zum Beispiel gibt es die Bibelstelle Kolosser 1, Vers 15, wo es ganz klar heißt, Jesus wurde geboren. Oder in Sprüche 8, Vers 22 heißt es, in Ich-Form, Ich wurde am Anfang erschaffen. Also wenn Jesus doch geboren ist und oder erschaffen wurde, ist er dann wirklich noch Gott? Was geht? Corey hier und willkommen auf meinem Channel. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Mir hat jemand unter einem Video kommentiert, ganz respektvoll, aber er sagt, dass diese beiden Verse ganz klar zeigen, dass Jesus nicht Gott ist. Und ich möchte heute diese beiden Stellen auseinandernehmen und wirklich schauen, heißt das wirklich? Hat Jesus also einen Anfang? Ist damit also nicht Gott? Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wenn euch das Video gefallen hat, dann auch liken. Denn das hilft mir und YouTube einfach das Video zu verbreiten und Gottes Wort weiterzugeben. Aber ja, schauen wir uns die beiden Verse an und fangen wir an mit Kolosser 1, Vers 15. Oft werden diese zwei Verse von Zeugen Jehovas oder von Mormonen genommen oder alle auch Muslime, die versuchen zu widerlegen, dass Jesus Gott ist. Aber was heißt es denn wirklich in Kolosser 1, Vers 15? Lesen wir einfach die Stelle mal. Dieser ist das Abbild vom unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Also steht da doch eindeutig Erstgeborener. Paulus sagt uns doch ganz klar hier, Jesus ist geboren. Fertig. Wenn wir diesen Vers nehmen, haben wir doch die Erklärung. Aber das Problem ist ja, wenn wir nur einen Vers nehmen und darauf unsere ganze Theologie bilden, dann werden wir immer wieder hin und her switchen. Oh, hier steht das, hier steht das, hier steht das, hier steht dies. Aber ich habe doch mal ein Video darüber gemacht und 50 Bibelstellen gezeigt, wo eindeutig zeigt, dass Jesus doch Gott ist. Und wenn jetzt ein Bibelferst kommt, der etwas anderes sagt, heißt das dann, dieser eine ist wahr? Oder ist es plausibler, dass 50 Bibelstellen zusammen an unterschiedlichen Stellen eher den Kontext bilden als dieser eine Vers? Aber wir müssen natürlich diesen einen Vers trotzdem adressieren. Aber das Ding ist, wir haben ja einen weitgehenden Kontext. Wir glauben, dass Jesus Gott ist. Das heißt, wenn ein Vers wie der hier kommt, muss er ja was anderes bedeuten. Wenn du jedoch nicht daran glaubst, dann müssen wir trotzdem ein paar Sachen machen, um zu klären, was diese Stelle wirklich sagt. Ein hilfreicher Tool ist einfach, den ganzen Brief mal zu lesen oder einfach bei eins anzufangen. Aber wenn ihr genau dieses Beispiel anwendet, dann werdet ihr nicht viel weiterkommen. Denn wenn wir dann weiterlesen, heißt es auch, er, Jesus, ist der Erstgeborene von den Toten. Aber dann müsste uns doch schon ein bisschen auffallen, ist Jesus wirklich der Erste gewesen, der von den Toten auferstanden ist? Aber wenn wir mit dem Kontext des Briefes nicht weiterkommen, wie kommen wir dann weiter zu dem Punkt, dass wir verstehen, was dieser Vers sagt? Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wie man die Bibel am besten studieren kann. Da habe ich auch Sachen aufgezeigt, wie den Kontext zu verstehen. Aber du kannst auch die einzelnen Wörter nochmal auseinandernehmen. Denn das Problem ist natürlich, die Bibel wurde in Hebräisch und Griechisch in einer ganz alten Sprache geschrieben. Das heißt, wenn wir heutzutage das übersetzen, ist es manchmal schwer, genau zu verstehen, was der Schreiber meinte. Also können wir aber zurückgehen und das einzelne Wort, also das Wort Erstgeborene, nochmal nachschauen. Ich nehme dafür die Seite Bibelkommentare und da könnt ihr jedes einzelne Wort nachschlagen, was es bedeutet hat. Und wenn wir dann da auf Erstgeborener klicken, kommt dieses Wort vor. Oder auch dieses Wort für Erstgeborene. Und dieses Wort kann Erstgeborene heißen, so wie du und ich es kennen. Es wird zum Beispiel in Lukas 2, Vers 7, genauso genommen, wie wir es kennen. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Also da sehen wir ganz klar, okay, es heißt doch Erstgeborene. Denn wir wissen, Jesus ist der Erste gewesen, also er ist der Erstgeborene. Und dann kamen weitere Geschwister. Das wissen wir ja, wenn wir das Evangelium weiterlesen. Aber man könnte das Wort auch nutzen für eine Voranstellung oder eine Überlegenheit. Dazu sehen wir zum Beispiel ein Beispiel aus dem Alten Testament. Da wird genau dasselbe Wort genommen. Und ich will ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige auf Erden. Aber wenn wir David kennen, König David, wissen wir, er ist nicht der Erstgeborene. Er ist nicht, so wie Jesus, der Älteste in seiner Familie. Ganz im Gegenteil. Wir sehen in 1. Chronik 2, ab Vers 13, Isais erstgeborener Sohn war Eliab. Sein zweiter, Abinadab. Sein dritter, Shammah. Sein vierter, Netanil. Sein fünfter, Radai. Sein sechster, Osem. Und sein siebter Sohn war David. Das heißt, dieses Wort, was hier genommen wird, heißt nicht Erstgeborener, weil er als erstes geboren ist, sondern es zeigt, wie der zweite Satz dann noch sagt, dass er jetzt zum Höchsten der Könige auf Erden wurde. So wie in Kolosser gibt es auch dieselbe Stelle in der Offenbarung, 1, Vers 5. Da sagt es nämlich, dass Jesus Christus der Erstgeborene von den Toten ist. Aber wie ich eben schon gesagt habe, das kann das ja gar nicht bedeuten, also es kann ja gar nicht sein, weil Jesus war nicht der Erste, der je aus dem Toten wiedererweckt wurde. Alleine Jesus hat doch Lazarus vor sich schon auferweckt aus den Toten. Also sehen wir doch, dass in dieser Stelle Paulus damit nicht meinte, dass Jesus der Erstgeborene ist oder kreiert wurde, weil dafür gibt es andere Worte, die er ganz klar sagen konnte. Er wurde kreiert oder er wurde erschaffen, er ist geboren. Nein, er hat ganz klar dieses Wort genommen, um zu zeigen, dass er der Höchste ist, um zu zeigen, die Überlegenheit von Jesus Christus über alle Schöpfung oder die Voranstaltung. Über alle Schöpfung. Und es hat hier auch nicht viel mit Interpretation oder wie die Kids gerne sagen, mach die Welt, wie sie dir gefällt, zu tun, sondern wir sehen ja auch heutzutage. Wenn wir etwas jemand anderes sagen oder aufschreiben würden, in 2000 Jahren würde niemand mehr verstehen, was wir eigentlich gemeint haben. Zum Beispiel gibt es doch unser Lieblingssatz, hey, lass mal Döner holen auf meinen Nacken. Also wenn jetzt jemand in 2000 Jahren das liest, hm, da steht Döner holen auf meinen Nacken. Hm, Nacken heißt ja ein Körperteil, also haben die wahrscheinlich damals den Döner auf den Nacken gepackt. Nein, jeder weiß, beziehungsweise jeder, der diese Sprache so ein bisschen versteht, weiß, es geht darum, wir kaufen meinen Döner und ich zahle dafür. Auf meinen Nacken, ich zahle dafür. Das heißt, er hat eine komplett andere Bedeutung, was das Wort eigentlich für eine Bedeutung hat. Genau so funktioniert das auch mit den Sachen, die sie damals gesagt haben vor 2000 Jahren und älter. Wenn also jemand das übersetzt, dann nimmt er manchmal die Wörter, die es wortwörtlich bedeutet. Aber die Bedeutung, die tiefere Bedeutung ist ja oft eine andere. Kommen wir zum zweiten Vers und zwar Sprüche 8, Vers 22. Und da heißt es, der Herr hat mich ganz am Anfang geschaffen, als erste Schöpfung vor allem anderen. Also ganz klar, ich bin am Anfang erschaffen worden. Aber kommen wir erstmal zu diesem Punkt, hier spricht Jesus. Dieser Vers spricht nämlich eindeutig nicht von Jesus, wenn wir die erste Methode machen, die ich gerne erkläre, und zwar den Kontext lesen. Lesen wir einfach nur ein paar Verse davor. Da lesen wir in Vers 12. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohl durchdachter Pläne. Jeder, der sich ein bisschen auskennt mit den Sprüchen, weiß, dass es ein poetisches Buch ist. Und hier sehen wir, dass die Person, die spricht, gar nicht Jesus ist, sondern die Weisheit. Auch im Vers 1 heißt es schon, ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen. Wir lesen auch schon im Kapitel davor, dass hier von der Weisheit gesprochen wird, die als sie oder als Schwester gesehen wird. Also hier geht es gar nicht um Jesus. Diesen Vers zu nehmen und zu erklären, guck mal, hier spricht Jesus, ist einfach komplett falsch. Aber es geht hier noch nicht mal ums Erschaffen, weil die Weisheit wurde ja auch nicht erschaffen. Oder wollt ihr mir sagen, dass bevor die Weisheit war, war Gott ohne Weisheit? Also bevor er die Weisheit erschaffen hat, war er ohne Weisheit? Gott war an einem Punkt ohne Weisheit? Nein, auch hier können wir dieses Wort wieder anders verstehen. Und zwar können wir das auch, wenn wir die Schlachterübersetzung lesen. Und zwar heißt es dort, Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Was auch hilft, ist einfach mehrere Übersetzungen lesen. Und dann verstehen wir das, was gemeint ist. Gott besaß die Weisheit von Anfang an. Es macht keinen Sinn zu sagen, Gott erschuf die Weisheit, weil wie ich schon gesagt habe, dann hieß es ja, dass es eine Zeit gab, wo Gott noch keine Weisheit hatte. Wie ich schon mit dem Thema Nacken gesagt habe. Rein theoretisch übersetzen wir hier das Wort Erschaffen. Aber die Bedeutung davon, er besaß. Also sehen wir wieder. Die einzelnen Verse einfach so rauszupicken und sagen, hey, das erklärt doch eindeutig, dass Jesus nicht Gott ist, macht keinen Sinn. Sondern wir müssen den kompletten Zusammenhang sehen. Und im kompletten Zusammenhang macht es mehr Sinn, dass Jesus Gott ist, anhand von den ganzen Bibelstellen, die ich gesagt habe, als dass Jesus nicht Gott ist, anhand von ein paar Bibelstellen, die ganz klar anders erklärt werden können. Also wir müssen anfangen, nicht versuchen, die Sachen darin reinzulesen, die wir gerne hätten, sondern wir müssen versuchen, was wollte der Schreiber zu der Zeit damit aussagen. Und damit können wir nicht einfach das heutige Wording einfach eins zu eins so nehmen. Wir müssen solche Verse einfach auseinandernehmen, im Kontext die Wörter einzeln nochmal auseinandernehmen und unterschiedliche Übersetzungen anschauen. Aber ja, ich hoffe, das hat euch geholfen und ihr könnt das auch mit weiteren Versen selber machen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie doch unten in die Kommentare und ihr könnt verantwortlich sein für das nächste Video. Aber bis dahin, Kor hier, ihr da, alles klar. Und falls ihr gerne dieses Video sehen wolltet, wovon ich geredet habe, wie man die Bibel am besten studiert, klickt doch hier drauf.